es war nicht die zeit es war nicht die zeit dich liebste so zu lieben wie wir uns träumten so soll liebe sein was ich dir schrieb wie flüchtig hingeschrieben wie lieblos hingesagt dies ich bin dein es war nicht herzlos nicht lieblosigkeit es war nicht die zeit dazu es war nicht die zeit mit allem guten wollte ich dich beschenken mit meiner schwermut habe ich dich beschwert ich hatte kaum zeit an dich zu denken und du warst du schön und liebenswert die unruhe die ich war ließ dir nicht ruhe liebes glück es war nicht die zeit dazu mit einem lächeln hast du mich empfangen und hast mich mit deinen armen fest umschmiegt und kaum empfangen war ich weggegangen da fragtest du wo unsere zeit wo liegt und summt ist eine alte melodie wann wirst du zeit sein zeit die zeit sprach nie und eines tages kam ich dir zu berichten von einem werk das im vollenden war und dafür liebste mussten wir verzichten auf unser glück so manches manches jahr und ist das werk vollendet ganz als dann wird zeit sein zeit und du fragst nicht mehr wann johannes abbecher wie angekündigt er also unschwer zu hören war das ja ein gedicht aus der aus der späteren zeit und ich will mal zwei sachen erzählen aus seinem leben die eine sache er ist ja 19 1891 geboren und 1910 und 19 19 hat er aufgrund seiner wirklich schweren kindheit je zornigen vater mit seiner geliebten einen selbstmord versucht einen doppelten selbstmord und das unglück dass er kaum größer sein konnte war noch größer denn er überlebte als einziger von den beiden diesen doppelselbstmord das ist die eine geschichte und die andere geschichte bei ihm ist zum schluss war er minister für kultur und sehr staatstreu aus überzeugung tatsächlich und es gab ja so also nicht nur ein ein berühmten schauprozess gegen schriftsteller sondern ehemalige mitarbeiter von ihm wolfgang harich und walter janka und da hat er sich auch an walter ulbrecht gewandt und bekam auch schwierigkeiten und hat aber ja wie so gesagt wird also der der staatsfunktionär hat über den staatsdichter oder der staatsdichter hat über den menschlichen menschlichen dichter gesiegt so kann man es vielleicht sagen und er hat dann aber am ende seines lebens auch einen politischen einfluss verloren hat sich der sonnett dichtform zugewandt und das gedicht von gestern das war ja in so einer form geschrieben morgen gibt es auch eins davon und das heute war also kein expressionistisches gedicht expressionistische sachen hat er ja wirklich als führender vertreter dieser richtung verfasst in seinen anfangsjahren aber dazu morgen mehr ich wünsche euch eine gute nacht es ist ja schon wieder spät und das war nur für die statistiker unter euch die nummer 533 und heute ist gerade noch stütz nein schon eine minute aber es war es war der 21. september 2021 übrigens der geburtstag von meinem opa der 110. geburtstag meines geliebten opas gatsch gute nacht bis morgen